Leute, das ist der epische Sieg, Fortnite Season 5, erstes Game, erstes Game, was ich spiele und direkt epischer Sieg, Leute, Leute. Also geiles Sieg, finde ich gut, macht Spaß, Kopfgeldjagd auch abgeschlossen, geil, geil. So Leute, wir haben den epischen Gleiter aus Fortnite Season 5 freigeschalten, das ganze Zeug wollte ich hier gar nicht sehen. Das ist der epische Gleiter Fortnite Season 5, ich verlose wieder Fortnite Skins und Battle-Pässe in dieser Season. Schreibt mir in die Kommentare einfach, wie findet ihr den Gleiter aus Fortnite Season 5, den man bekommt, wenn man einen epischen Sieg holt. Und euren Epic Games Namen, wenn du lieber einen Battle Pass hättest, statt einem Skin, schreib rein, dass du lieber einen Battle Pass hättest. Das ist der neue Gleiter, Leute. Und ja, bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Habt ihr denn auch schon? Wie viele epische Siege habt ihr schon geholt in Fortnite Season 5? Und welcher ist vielleicht der schönste Gleiter? Schreibt es in die Kommentare, denkt an Epic Games Namen, reinschreiben. Und ja, bin mal gespannt, was dabei herumkommt. So Leute, dann gehen wir nochmal eben in den Spinn und gucken uns den neuen Gleiter an, den ich da gerade freigeschalten habe, den ich da bekommen habe. Und der sieht so aus, Leute, das ist der neue Gleiter, das ist gar nicht der Sieggleiter, doch, das ist der Gleiter, ne? Copgate-Schirm, ja, ja, das ist der Gleiter aus Fortnite Season 5, den man freischalten kann. Und ja, so sieht der aus, Leute. Könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Und ja, bis zum nächsten Mal.